Mein Name ist Andreas Kuh. Ich arbeite für die Firma Hensold, einem globalen Hightech-Pionier im Bereich der Verteidigungs- und Sicherheitselektronik. In meiner Rolle als Leadfield Service Representative bin ich für den Service des Radars und der Selbstschutzsysteme des Eurofighter zuständig. Die Bundeswehr ist auf die Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft ihrer Systeme jederzeit angewiesen. Davon hängen im Ernstfall Menschenleben ab. Das heißt für alle Mitarbeiter von Hensold, dass wir mit maximalem Einsatz sicherstellen, dass unsere Produkte und Serviceleistungen diesen Anspruch erfüllen. Mein Team und ich arbeiten täglich mit Soldaten und Ingenieuren aus der Luftfahrtindustrie zusammen, um Problemstellungen zu lösen und die Fähigkeiten der Systeme permanent zu verbessern. Als Hens-On-Berater nehmen wir Anforderungen unserer Kunden auf und leiten sie an das Programm und entsprechende Engineering-Abteilungen weiter. Wir haben Qualitätssicherungsverantwortung, um sicherzustellen, dass die Produkte genau den Kundenansprüchen gerecht werden. Vor Ort bewerten wir die Radar- und Selbstschutzsysteme der Luftfahrzeuge nach jedem Flug. Das ist ein absolut wichtiger Aspekt unserer Arbeit, um jedem Luftfahrzeugführer höchstmögliches Vertrauen in die Einsatzbereitschaft seiner Systeme zu geben.